Hey, ich heiße Kat. Das ist die Abkürzung für Catherine, aber nur meine Mutter nennt mich so. Mein Vater ist Inder und meine Mutter ist Amerikanerin. Sie haben sich kennengelernt, während er hier gearbeitet hat. Dann haben sie sich verliebt, geheiratet und mich bekommen. Leider hat es zwischen ihnen nicht geklappt und sie haben sich getrennt, bevor ich geboren wurde. Wenn man in Indien heiratet, soll es das ganze Leben halten. Aber trotzdem haben sich meine Eltern scheiden lassen, also muss der Grund dafür sehr ernst gewesen sein. So ernst, dass ich ihn bis heute nicht kenne. Jedes Mal, wenn ich danach gefragt habe, haben meine Eltern mich einfach ignoriert und das Thema gewechselt. Wie auch immer, ich habe immer bei meiner Mutter gelebt, aber mein Vater wohnt in der Nähe. Die meisten Kinder aus zerrütteten Familien hassen es, nicht immer beide Elternteile um sich zu haben. Aber das hat mich nie gestört. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Vater wirklich. Aber ich schätze, ich konnte nicht vermissen, was ich nicht kannte. Außerdem hatte ich ein viel größeres Problem, um das ich mich kümmern musste. Okay, also lacht bitte nicht, lasst mich ausreden. Ich bin ein echter Wildfang. Eine Tatsache, die meine Mutter hasst. Ja, ich verabscheue es, Röcke und Kleider zu tragen oder alles, was mädchenhaft und glitzernd ist. Igitt! Da sind mir Basketballshorts und ein lockeres T-Shirt viel lieber. Außerdem verstehe ich nicht, warum manche Mädchen ewig damit verbringen, sich zu schminken. Warum sollte ich mich wie eine lebende Puppe schminken, nur um Leute zu beeindrucken? Ich bitte euch! Ich verstand mich nicht so gut mit anderen Mädchen. Ich schätze, ich hatte einfach nichts mit ihnen gemeinsam. Ich interessierte mich nicht fürs Shoppen und Liebesfilme gucken. Nö, ich kicke viel lieber einen Ball herum oder spiele Videospiele. Mein bester Freund ist ein Junge namens Harry und ich kenne ihn schon ewig. Er ist derjenige, der mir beigebracht hat, wie man Skateboard fährt. Was für ein Adrenalinkick. Adrenalinkick. Jetzt fahre ich so ziemlich überall damit hin. Ich bin wie ein lebendig gewonnener Bart Simpson. Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter missbilligende Blicke zugeworfen. Eigentlich seit meinem sechsten Geburtstag, als ich nur Jungs einlud. Den Puppen, die sie mir schenkte, die Arme abriss und mich schlichtweg weigerte, mich zu bewegen, als sie mich zum Ballettunterricht anmeldete. Ich war einfach kein Mädchen, das mit Puppen und Teddybären Tee trinken wollte. Und ich verstand nicht, warum sie mir nicht einfach Spielzeugautos und Actionfiguren kaufen konnte. Dazu kam, dass meine Mutter mir immer nur Röcke und Kleider anzog. Ich hatte keine andere Wahl, als sie zu tragen und mich in der Schule total unwohl zu fühlen. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, in einem rüschen Kleid Fußball zu spielen? Das ist doch lächerlich. Die anderen Jungs mussten immer warten, bis ich meinen Rock zurechtgerückt hatte. Oder versuchen, die Haarnadeln zu finden, die mir immer wieder aus den Haaren fielen. Ich meine, im Ernst, das war alles echt nervig. Mit zwölf Jahren hatte ich es satt, mädchenhafte Kleidung zu tragen, nur um meiner Mutter zu gefallen. Also trug ich unter den hässlichen Kleidern bequeme, abgelegte Kleidung, die ich von meiner Cousine bekam und zog die Kleider auf dem Weg zur Schule aus. Ich hatte auch meine langen, langweiligen Haare so satt, dass ich mich eines Tages nach der Schule zum Friseur schlich und mir einen Undercut schneiden ließ. Dann eines Abends chillte ich auf der Couch, als meine Mutter auf meine Haare zeigte und mit entsetzter Stimme sagte, Katharine, was hast du mit dir gemacht? Ich hatte nicht bemerkt, dass die Art, wie ich lag, zeigte, dass etwas von meinem Undercut zu sehen war. Ich zuckte nur mit den Schultern und antwortete, Das sind meine Haare, also kann ich damit machen, was ich will. Warum solltest du dich hässlich machen wollen? rief sie. Es ist nicht hässlich, es ist cool. Meine Mutter sah echt schockiert aus. Sie gab mir einen Monat lang Hausarrest und während dieser Zeit sprach sie kaum mit mir. Aber die Streitereien hörten damit nicht auf. In den nächsten Jahren schien es, als ob jede Kleinigkeit, die ich tat, sie verärgerte. Vom Kaugummi-Kauen bis zur Weigerung, ein Kleid zur Hochzeit meiner Cousine zu tragen. Alles machte sie wütend. Bei vielen Gelegenheiten schrie sie mich an, dass sie sich wünschte, ich wäre normal. Ich verstand es nicht. Meine Freunde und Lehrer behandelten mich nicht, als wäre ich ein Alien, Warum also meine Mutter? Einmal, als ich gerade los wollte, um mit Harry Skateboard zu fahren, beschuldigte sie mich sogar, lesbisch zu sein. Über diese Aussage konnte ich nur die Augen verdrehen. Fürs Protokoll, ich bin nicht lesbisch. Ich war schon früher in Jungs verknallt. Mein Vater hingegen war viel entspannter als meine Mutter. Er hat kein Problem damit, dass ich ein Wildfang bin. Einmal schickte er mir sogar ein Geschenk mit einem richtig coolen Sporttrikot und Shorts darin. Ich habe den Karton in meinem Kleiderschrank getan, um ihn vor meiner Mutter zu verstecken. Aber sie hat ihn trotzdem gefunden und alles in den Müll geworfen. Als ich sie fragte, warum sie das tat, antwortete sie, Wenn du so sehr wie ein Junge leben willst, solltest du zu deinem Vater ziehen. Das machte mich so wütend, dass ich eine Tasche packte und zu Papa fuhr. Er war genervt von dem, was Mama getan hatte. Aber trotzdem sagte er mir, ich solle ihr verzeihen und dass ich nicht für immer hier bei ihm wohnen könne. Der nicht die ganze Zeit zu Hause sein und sich um mich kümmern könne, wie Mama es tat. Ja, natürlich. Er wusste einfach nur, dass Mama das nie zulassen würde. Es war, als würde sie mich hassen, aber sie wollte mich trotzdem um sich haben, damit sie jemandem zum Jammern hat. Ich blieb ein paar Tage bei meinem Vater, bis er auf eine Geschäftsreise musste. Dann musste ich wieder willig nach Hause gehen, obwohl ich immer noch irgendwie sauer auf meine Mutter war. Gerade als ich nach Hause kam, ließ Mama die Bombe platzen. Sie setzte sich zu mir und erzählte mir, dass sie sich mit einem neuen Typen namens Max trifft. Wow, ich wusste, dass Mama und ich uns nicht nahe standen, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie sich mit einem neuen Kerl trifft. Wir planen die Hochzeit und natürlich möchte ich, dass du eine Brautjungfer bist. Natürlich musst du ein Kleid tragen. Was? Sie kannte den Kerl seit fünf Minuten und jetzt wollte sie ihn heiraten? Ja, wie auch immer, antwortete ich. Meine Mutter sah überrascht aus. Das ist alles? Du hast ernsthaft kein Problem damit? Ich stand auf und ging die Treppe hinauf in mein Zimmer, während ich sagte, Nein, Mom, ich habe kein Problem damit. Ich unterstütze dich dabei, das zu tun, was du magst. Nicht so wie du, die mich immer wegen meiner Vorlieben ausschimpft. Ohne mich umzudrehen, konnte ich spüren, wie meine Mutter nervös wurde. Ha, diese Runde hatte ich gewonnen. Also zuckt Max ein, mit seiner Teenager-Tochter Taylor, die ein Jahr jünger ist als ich und auf dieselbe Schule geht. Sie ist eine echte Barbie und besteht nur aus einer Masse von glänzenden, blonden Haaren. Und alles, was sie besitzt, ist pink. Im Ernst, ihr Rucksack, die Bettbezüge, die Vorhänge, sogar ihr Telefon ist pink. Aber das ist in Ordnung, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also was soll's. Es hat sich herausgestellt, dass der neue Familienzuwachs gar nicht so schlimm ist, wie ich dachte. Max ist ein netter Kerl, der nie auf mich herabschaut oder meine burschikose Art kommentiert. Und was meine Mutter angeht, ihr Fokus auf mich hat nachgelassen. Ich war im Grunde unsichtbar für sie. Jetzt, wo sie Taylor um sich hatte. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich wäre wahnsinnig eifersüchtig, oder? Eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ich war froh über die Ruhe. Aber dann fing meine Mutter an, mich mit dieser Göre zu vergleichen und zu sagen, dass ich mehr wie sie sein sollte. Da wir beide Mädchen waren. Aber ich benahm mich wie ein kleiner Dämon. Was? Taylor war so erbärmlich. Sie schrie, wenn sie eine Kakerlake in der Küche sah und weigerste sich, von der Arbeitsplatte herunterzukommen, bis sie entfernt worden war. Ich will gar nicht erst damit anfangen, wie sie sich aufführte, als könne sie die obersten Regale in der Schulbibliothek nicht erreichen, nur damit andere Jungs hier helfen mussten. Oh, ekelhaft. Dann wurden die Dinge hitzig, als Taylor in mein Zimmer stürmte, um mich zu bitten, zum Abendessen hinunterzukommen. Nun, ich hörte wahrscheinlich zu laut Musik, um ihr Klopfen an meiner Tür zu hören. Aber trotzdem, sie war hier nicht willkommen. Dann warf sie einen kurzen Blick in mein Zimmer. Okay, ich bin nicht gerade der am besten organisierte Mensch der Welt, aber ich weiß genau, wo alle Sachen sind. Was glotzt du denn so? Fragte ich sie. Nichts. Bluffte sie. Hey, warum gehen wir nicht morgen ins Einkaufszentrum? Lass uns was Nettes kaufen. Ich brauche neue Klamotten. Und wie es aussieht, könntest du auch etwas Hilfe gebrauchen? Mir geht's gut, danke. Crop-Tops sind nicht wirklich mein Stil. Ich bin nicht so ein Draufgänger. Grinste ich sie an. Oh, bitte. Du wünschst es, du wärst wie ich. Sieh dich doch mal an. Du hast den Sinn für Mode eines fünfjährigen Jungen. Das ist so kindisch. Wer trägt denn heute noch Cargo-Hosen? Besser als ein extravagantes, hässliches Entlein zu sein, das sich hinter zig Schichten rosa Glisser und Foundation versteckt. Naja, wenigstens wird aus dem hässlichen Entlein bald ein Schwan. Aber du, du bleibst für immer ein Niemand. Kein Wunder, dass Mama dich hasst. Ich starrte sie hasserfüllt an. Wer war sie, dass sie über mich in meinem eigenen Haus urteilte? Ich musste dieser Göra eine Lektion erteilen. Ich stürmte auf sie zu und riss sie an den Haaren. Sie schrie mich an, ich solle aufhören. In diesem Moment erschien meine Mutter und schrie mich an. Catherine, hör sofort auf damit. Du musst erwachsen werden. Ich? Ich schrie zurück. Sie hat mir gerade gesagt, dass du mich nicht liebst. Nun, da hat sie recht. Niemand kann jemanden lieben, der sich so verhält. Schau mal in den Spiegel. Taylor hat nur gesagt, was wir alle denken. Du bist schon 17. Um Himmels Willen. Werd ein bisschen erwachsen und gönn mir mal eine Pause. Was hatte Mama da gerade gesagt? Sie stellte sich auf die Seite eines beliebigen Mädchens, das gerade erst eingezogen war, statt auf die Seite ihrer echten Tochter? Ganz toll. Es hat keinen Sinn, sich mit diesen engstirnigen Idioten zu streiten. Ich ließ Taylor los und schubste sie und Mama aus meinem Zimmer. Wobei ich sie anschrie. Schön, geht ihr zwei und lebt glücklich bis ans Ende eurer Tage in eurer pinken, unechten Mädchenwelt. Dann knallte ich die Tür vor ihren dummen Gesichtern zu. Ich war echt fertig mit ihnen. Ich war einfach mit allem fertig. Ich war echt glücklich.